Sergeant, ist das hier das, was die Aliens gesucht haben? Scheint so, Ma'am. Und sie haben es sehr hartnäckig verteidigt. Jetzt ist alles ruhig. Hey, was machen Sie? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also, das habe ich nicht erwartet. Jetzt allein. Lösch diesen Abschaum aus. In der Tür! Diese Typen wissen nicht, wann Schluss ist. Ähm, Spirit! Forge hier! Wir könnten Verstärkung gebrauchen! Forge hier! Wir wurden am Reliz überfallen. Die Sitze mit Anders fest. Es gab schlimme Verluste. Wir brauchen sofort Verstärkung. Sergeant, die Alpha-Basis wird nicht rechtzeitig reagieren. Die Spirit of Fire hat Grizzlies losgeschickt. Warten Sie da unten auf sie. Ah, Grizzly-Panzer. Forges Privatprojekt. Seid gegrüßt zu Halo Wars in Part 3 mit Grizzlies und der gute Bolle. Der auch Grizzly ist. Genau, Grizzlies. Forges und Tears. Yeah. Aber ich liebe die Grizzlies. Das sind Mörderpanzer. Ohne Scheiß. Das sind Mörderviecher. Die können Skorption locker in die Tasche stecken. Das Beste ist bei Halo Spartan das Holz. Und du hast, äh, 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 also alleine zockst, hast du die Viecher auch. Und die hauen rein, ne? Also gerade ihre Y, also diese Y-Megatechnik, hier, da, die haut rein. Warte auf den Haufen, Scheiße, ey. Ha, ich liebe das Ding. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ja, ich weiß. Du bist links, ich geh rechts. Ja, wir können eh nur einen in einer Richtung eigentlich. Ja, ich weiß, aber... Ja, machen, offen haben. Nein, 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 die Y-Megatechnik hab ich verpasst. Blöde. Fresse. Ja, super. Was denn? Ja, wir können uns ja nicht heilen. Das ist ja das Blöde jetzt. Deswegen müssen wir gucken, dass wir es überleben. Hey, der Witzker. Nein, nein, das will ich. Genau. Am... Oh. So, wenn man diese Tanks zerstören, dann hilft das uns ungemein. Und ich bin gleich down. Echt? Ist es schon down? Ja, ich bin schon am fackeln. Oh mein Gott. Oh, das ist gar nicht gemacht. Das ist cool. Mal gucken, was passiert. Ich will es nicht wissen. Also, ich komme jetzt mal ganz schnell zu dir. Klar, ein Grizzly ist auch ein bisschen anscheinend schwach. Man braucht schon zwei. Meine Fresse. Du gehst jetzt vor. Ich kann nie mehr. Ja. Ich glaube, wir hätten vielleicht vorhin die ganze Zeit... Ja, du musst nach oben. Also, wir müssen nach oben. Ich habe hier Verletzte. Wo bleibt die Verstärkung? Ja, nur, ähm... Ja, die Verstärkung hat selbst Probleme. Falsche Richtung? Ja, guck, vielleicht ist da noch was. Ich hoffe. Wo müssen wir hin hier? Alles klar, da fahren wir da hoch. Wir haben es eigentlich nicht mehr weit. Nur, äh... Eigentlich ist es auch eigentlich eine ganz fixe Mission, wenn man ehrlich ist. Ja, nur wenn man aber so fast kaputt ist wie meine einer. Aufgetankt und unterwegs. Mal hier können wir eigentlich gar nichts bauen und so. Nein, nein, nein. Zurück mit dir. Du sorgst dich nicht so weit nach vorne. So. Wenn Bolle vorne angreift, kann ich ja auch noch kommen. Ich kann zum Beispiel das andere Geschütz mal kaputt machen. Oh. Ja. Entschuldigung. So, das Geschütz versuche ich gerade. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich kriege jetzt hier auch noch Gäste. Super. Okay. Jetzt eben schnell die Jäger platt machen. Geschafft. So, dann muss ich mich ganz schnell reparieren lassen. Irgendjemand kann reparieren. Ja, ich... Ja, die Olle, die weiß, wie man es repariert. Ich gebe dir einfach meine Truppen jetzt alle, ne? Ja. Bitte? So, das heißt alle deine Truppen. So. Ich gucke jetzt, dass... Dass mich die gute... Wohin? Aniston mich repariert. Los geht's! Na, da kommen ja Leute. Aniston, repariere mich. Repariere mich. Bin dran. Danke. Ganz wichtig. Wohin? Erwartung, Befehle. Startbereit, Sir. Ja, Sir. Befehle. Kann losgehen. Entsichert und geladen. Startbereit. Brauchst du auch eine Reparatur? Ja, ich komme jetzt auch. Gut, weil die ist ganz schön fix. Das ist sie. Und jetzt? Ich schicke sie zu dir. Ich bin jetzt leider, bin jetzt dran. Ja, aber komm zu dir entgegen, dann muss ich jetzt nicht auf sie aufpassen eben. Erwartung, Befehle. Oh, oh. Das wollte ich jetzt nicht. Wartung, Befehle. Befehle? So. Verstanden. Dann gehen wir schon mal ein bisschen vor. Schnell, Feuer! Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ja, sag Bescheid, wenn sie fertig ist. Fertig. Gehen wir. Startbereit. Wartung, Befehle. So. Dann müssen wir mal schnell über die Lichtbrücke. Los geht's! Ja, Jäger! Nimm sie mit, nimm sie mit, nimm sie mit. Die ist doch. Ich hab sie doch gewählt. Ich fahre jetzt schon mal dahin zu da. Oh Gott, sie stört, sie stört. Ja, macht sie alle! Zieh in der Fass! Ja! Los geht's! So. Komm, die kriegen wir jetzt auch noch platt, Leute. Nein, fahr du zur Brücke. Ich halt die auch. Fahr zur Brücke. Okay. Los geht's! Das ist zu viel Geld, Tömmel. Denk da an die Brücke gleich auszumachen. Ja, 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 ja. Ach, ist die andere Seite, muss ich jetzt so. Stimmt! Andere Seite! Ich glaube, ich kann sie aktivieren. Ich bin unterwegs, Hase. Wir rücken aus. Geben Sie uns Rückendeckung. Jäger! Jäger! Macht Sie alle! Verdammt, hat nichts gemacht. Auf dem Weg! Los geht's! Ich bin da! Verstanden! Los geht's! So. Wo ist die Kleine? Gute Anderson. Wart auf Befehle! Klasse! Wohin? Bereit! Anderson, du bist schneller. Bin unterwegs. Alleine. Deswegen mach du mal die Brücke fertig. Unterwegs! Sollte es wenigstens alleine schneller sein, aber bist du ja nicht? Natürlich nicht. Was haben eigentlich diese Sterne dann oben über die Leute zu tun? Das ist halt die Stufe, wie die entwickelt sind. Also, wie weit die ausgebaut sind. Aha. Ist das nicht der Rang oder sowas? Nee, nur wie ausgebaut die sind. Also, sprich, einer hat einen mehr, der andere nicht. Geben Sie mir eine Minute, dann funktioniert die Rückendeckung. Der mit zwei Sternen hat einen Druck mehr, als der mit einem Sternen. Attacke! Hä? Ach, da oben kommen die. Ah, ne, da unten auch. Okay. Über den Jäger. Ja gut, unsere Aufgabe diesmal ist, 45 Jäger, wenn man das nicht auszuschalten. Was nicht gerade so gut funktioniert. Eigentlich eher weniger. Geh doch mal lieber oben. Geh doch lieber mal oben mit deiner Truppe. Weil jetzt behinderst du mich. Wie hast du mich genannt? Du behinderst mich nur, hab ich gesagt. Ah, schön. Na komm. Blätten. Blätten. Ach, schön, wenn man einfach fast nichts mehr machen muss, nur kommentieren. Ja, das ist schon echt sehr chillig, auf jeden Fall. So. Auf dem Weg. Verstanden. Verstanden. Du gibst uns hinten Rukendeckung? Genau, so sieht's aus. Erledigt. Die Brücke funktioniert wieder. Wohin? Die gehört wieder zu dir, die... Äh, 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 äh. Oh Gott. Nein, 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 nein. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Weiter zurück. Auf dem Weg. Seid alle zurück. Türsteuerung. Zack. Und tschüss, Ikowski. Tschüss. Das ist sehr schlau gemacht. Und fies, ich weiß. Ja, ist auch sehr fies gemacht, das stimmt. Kommt die nächste Rasselbande? Ja, mach du mal vorderweise nach vorne halt. Und diese alleine wieder stehen. Ganz schlau. Also sie hat uns das Mädchen, das Mädchen bei dir, ne? Yo, jetzt kommen sie wieder alle. Oh, die ist ganz vorne. Hallo. Wart auf Befehle. Los geht's, los geht's, los geht's. Ist nicht gebreit. Drück Y, drück Y, drück Y, drück Y, drück Y, drück Y. Äh, ne, ich muss anders. Und tschüss. Okay, wir müssen einfach jetzt rüber. Ja, mach du mal. Wie, geh du rüber? Das können wir jetzt so ewig weitermachen. Ich bin da, verstanden. Du musst dann auch mit gleich rüber? Ja, ja, aber erst mal, äh, mach ich jetzt mal hier. Gut entdeckung. Kämpfen, kämpfen! Zack, 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 zack. Komm rüber! Ja, ich bin da schon. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Aber erst mal muss auch Platz da oben sein. Mach zu. So. Jetzt komm hier hoch, komm hier hoch. Wohin? Dann musst du jetzt wieder raus. Ja, ach so, weil du sagst, es kommen hier hoch. Deswegen dachte ich hier so, hä, wohin willst du? Jetzt kommen ja ganz viele Jäger, glaube ich. Jäger und Tassenjahrs gesehen. Nennen wir sie einfach mal Allianz. Ja. Gegner, Feinde, Kanonenfutter. Betitel sie, wie du möchtest. Los geht's! Ja, Meinungsverschiedenheit. Wo bleiben die denn? Ach da. Na ja, Kaffeekränze oder so. Ach, da sind viele. Nein, da sind zu wenige. Leider ja. Da sind zu wenige. Was, was? Ja, komm, aber noch mehr, glaube ich. Ja, komm. Nein, da kommen noch mehr. So lange, so lange. Ja, komm, die zehn Stück da, dann machen wir. Kriegen wir doch fertig. Kein Lohnverkehr da. Ja, komm, noch einer. Einer noch. Und jetzt dann. Okay, und tschüss. Oh, da oben, ach, da oben ist mir auch noch was. Und zwar die Blackbox. Hast du? Ah, ne, der Schädel ist da oben. Ah! Zu spät. Das wäre der Schädel gewesen. Fuck it! Den habe ich, glaube ich, noch nie eingesammelt. Sollen wir den noch holen? Ja, ich hole den schon, ich hole den schon. Okay. Willst du vielleicht... Willst du putt? Na, nein. Achso, du kannst mir den Grizzly-Bär geben. Den Grizzly kannst du... Ja, ja, klar, den gebe ich dir. Warte, sind das so viele Jäger? Ah! Nein, 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 gib mir einfach den Grizzly. Das weiß ich mir schon. Ich weiß ja schon, ich weiß. Bist du? Wo bist du? Wieso kann ich ihn nicht geben? Ah, fuck, kannst du ihn nicht geben? Scheiße. Ne, kann ich nicht. Ja, ist ja klar. Geh doch schon mal hoch, geh doch schon mal hoch. Ja, ich komme jetzt ein bisschen mit dir um Rückendeckung. Hier kann ich ja rumhängen. Weil den Schädel nehmen wir jetzt noch mit. Ich glaube, nur du kannst die Konsole anmachen, oder? Brücke öffnen. Ja, wegen der Olle. Achso. Die sind nicht weitergelaufen, ist klar. Moment, ich schicke sie mal bis hierhin. Die Olle schicke ich dir hier rüber. Ah, du musst jetzt gewesen sein. Mach wieder zu, mach wieder zu. Warte, und jetzt. Zu mal, zu mal, zu mal. Bin dabei. Und jetzt wieder offen. Oh? Fahr mal schnell rüber. Ja, und dann machst du das wieder. Zu. Zu. Okay. Komm, 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 berieb dich um den Liebchen. Was man nicht alles für den Schädel tut. Tada. Kuh-Glocke. Haben wir die doch. Hinter dir sollten gleich ein paar Leute kommen. Ach, die Leute kriegen das gebacken. Oh, so, 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 so. Ich fahre wieder voraus. Gut. Und los geht's. Dann würde ich sagen, ab zum Ausgang. Los geht's. Auf dem Weg. Verstanden. Los geht's. Los geht's. Schädel-tastisch. Der metzelt hier alle oben. So. Tja. Ich liebe die Grizzlies, ganz ehrlich. Ja, das ist ein Hammer-Ding auf jeden Fall. Hätte ich gerne eine Kampagne von Halo nochmal. Oh ja. Äh, so jetzt, ne? Oh ja. So. Los geht's. Herrlich. Ja, das war's dann halt so auch, ne? Mit der Kampagne. Ja. Mit dem Level 3 von 15, ne? Ja, die Kampagne ist noch nicht vorbei. Ja. Ich glaube, 15 war's. Wenn ich richtig an der Kampagne war. 1510. Wir haben's geschafft. Sind bereit zur Abholung. So. Mission jetzt offiziell abgeschlossen. Abgeschlossen. Das ließ man gerne. Ja. Mal gucken, wie jetzt unser Stand aussieht. Oder erstmal mal Katzin. Gute Arbeit, Professor. Sobald Sie an Bord sind, will ich wissen, was Sie herausgefunden haben. Ja. Ist doch super. Ja, liebe Freunde, das war die dritte Mission von Halo Wars. Und weiter geht's natürlich in der vierten Mission, sprich Part 4, natürlich wieder mit Bolle und mir. Alles klar, bis dann. Also, dürfen wir uns verabschieden. Ciao, ciao. Tja, da haben wir doch die gute Anderson gerettet und noch irgendwas in diesem Konstrukt gefunden, beziehungsweise sie. Aber das Beste an dieser heutigen Folge waren einfach nur die geilen Grizzlies. Schade, dass sie nur nicht in Halo auch noch gibt. Aber wer weiß, vielleicht kommt sie ja eines Tages wieder. Aber abwarten auf die nächste Folge, denn dann geht es richtig spannend weiter hier in Halo Wars. Und dann geht es richtig spannend weiter hier in Halo Wars. Untertitelung. BR 2018